Kippasser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Wieder mal ein Mindset Talk. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wann das Vergleichen oder sich mit anderen Vergleichen anfängt, dir im Weg zu stehen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Mindset Video. Die ganzen Disclaimer, die ich vorher immer loslasse, die kennt ihr mittlerweile. Ich rede hier einfach drauf los und ich spreche vor allem aus dem, was ich so an Erfahrung gesammelt habe und vor allem spiegele ich wieder, wie ich das zur Hand habe und wie ich denke. Hier geht es also zum Großteil um mein Mindset, das ich mit euch teilen möchte und nicht darum, dass ich dir befehlen möchte oder aufdrücken möchte, so zu denken. Ich spreche hier einfach frei heraus, ohne Konzept und bisher sind die Videos immer alle sehr gut geworden. Ich denke genau aus diesem Grund, weil ich einfach drauf los spreche. Sollten sie nicht gut werden, dann wirst du sie nie zu sehen bekommen. Bis jetzt habe ich alle tatsächlich veröffentlicht und deswegen machen wir heute auch weiter. Ja, heute finde ich ein sehr wichtiges Thema Mindset. Das hängt auch so indirekt ein bisschen mit Motivation und so weiter zusammen. Zur Motivation kommen wir noch nochmal separat. Aber hier geht es darum, das ist glaube ich das, was am meisten verbreitet ist und was sich auch nicht vermeiden lässt und was auch gar nicht so schlecht ist. Nämlich dieses ständige Vergleichen mit, ich sage bewusst nicht nur mit anderen, sondern man vergleicht sich ja mit allem Möglichen. Es wird verglichen von Vorhaben zu Vorhaben, von mir zu dir, von mir zu meinem Vorbild und, 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 und. Und ich möchte voranstellen, dass ich gar nicht finde, dass das unbedingt schlecht ist. Denn wenn wir ehrlich sind, ist das, um wieder kurz aufs Thema Motivation zu kommen, immer eine der Quellen der Motivation. Einfach zu schauen, wie weit ist wer denn schon, was hat wer denn schon in dem Bereich erreicht oder möchte ich vielleicht das Gleiche erreichen? Hat er mich motiviert, damit anzufangen, er, sie oder hat ein Beispiel, jetzt auch mal nicht, um nur auf Menschen zu gehen, sondern hat ein Beispiel eines Konstrukts, das so bereits existiert, mich dazu motiviert, das hier jetzt zu tun, was ich tue. Das heißt, dieses Vergleichen an sich ist ja nicht zuletzt auch, um mal zu schauen, was die Konkurrenz macht, gar nicht blöd. Gut, das ist wichtig. Ich finde nur, das kann sehr, sehr schnell schädliche Tendenzen und schädliche Neigungen entwickeln und einfach schlecht für dich werden. Und zu dem besten und prominentesten Beispiel möchte ich jetzt direkt mal kommen. Und deswegen gehen wir direkt mal deep ins Bodybuilding und deep auf das Thema ganz plump und einfach Bodybuilding, Form, Körper, Vorbild. Wer ist dein Vorbild? Du möchtest genauso aussehen wie dein Vorbild und so weiter und so fort. Und ich denke, das ist so das, denke ich, wichtigste und häufigste Beispiel und das auch am schädlichsten sich aus, das sich auch am schädlichsten auswirken kann, wenn du es nicht richtig einschätzen kannst oder einzuschätzen weißt oder einzuordnen weißt. Und das ist dieses typische, ich möchte genauso aussehen wie Person XY. Und das ist jetzt das ganz plumpe Beispiel aus dem Bodybuilding. Natürlich motiviert es ungemein, wenn du ein Vorbild hast. Das ist super. Und meistens sind es auch eben diese Vorbilder, die uns dazu bewegen mit dem Training und mit der Intensität, die wir dann in dieses Training mit der Zeit legen und auch die Ernsthaftigkeit, die wir dann verfolgen, weil wir doch wirklich das erreichen wollen, was der oder diejenige erreicht hat, die uns dazu inspirieren. Und das ist auch in Ordnung so. Ich meine, ich bin immer noch bis heute sehr geehrt, wenn mir jemand sagt, dass er wirklich wegen mir mit dem Training angefangen hat, dass ich seine größte Motivation bin und so weiter. Das ist wirklich einfach super. Es ist eine Riesenehre und ein großes Privileg, Menschen zu motivieren. Das bedeutet, du hast in diesem Menschen ausgelöst, dass er seinen Weg gerade so geht, wie er ihn geht. Und das finde ich ist mit das Beste, was du machen kannst. Vor allem als Trainer oder als Influencer, muss man ja auch mittlerweile zu mir sagen, ist das etwas, das, denke ich, das höchste Gute ist. Und eben nicht nur, dass die Leute wegen dir deine Produkte kaufen, wofür ich natürlich trotzdem bei Bigzone dankbar bin und ich auch nochmal dazu sagen kann, dass ich ja eben nur Bigzone als Sponsor habe, neben ein, zwei anderen Kleinigkeiten, die ich noch feiere und da auch problemlos hinterstehen kann. Aber es ist jetzt bei mir zum Beispiel nicht so, dass ich mich darüber definiere, dass ich jede Woche für ein Tausender irgendwas anderes bewerbe. Und um zurück auf dieses Motivationsding zu kommen, das heißt, eine Motivation oder ein Vergleich ist oft irgendwie das Gleiche, zumindest am Anfang. Du siehst jemanden, du möchtest sein wie er und das ist auch völlig in Ordnung, denn das treibt dich dazu, einen Weg zu gehen. Du wirst aber jetzt schon ahnen können, worauf es hinausläuft. Ab wann macht dich das unglücklich? Ich verrate es dir. Die unbequeme Wahrheit an dieser Sache ist, du wirst niemals so aussehen wie dein Idol. Ja, wirklich, da kommt jetzt nichts mehr. Du wirst niemals genauso aussehen wie dein Idol und das ist doch auch völlig logisch. Denn wer sich mal näher mit Bodybuilding beschäftigt hat und falls du auf den Trichter noch nicht gekommen bist, dann bitte nimm dir das zu Herzen. Das ist unglaublich wichtig, damit du nicht unglücklich wirst. Hier geht es nicht darum, dass du nicht genug dafür tust. Hier geht es auch nicht darum, dass du per se diesen Status an Trainingsjahren oder an Trainingserfahrungen nicht erreichen kannst, auch an Muskelhärte. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, dass du dich nicht genug in die Ernährung reinhängst und so weiter und so fort. Es geht schlicht und einfach um den Faktor Genetik und äußere Umstände. Denn Genetik ist hier der größte, der größte Faktor tatsächlich. Denn wenn er andere äußere Umstände hat, könntest du es theoretisch durch Genetik noch kompensieren und auch gut aufbauen. Aber Fakt ist, jeder Mensch hat rein genetisch gesehen, so eine Art Code möchte ich das jetzt einfach mal nennen, der dafür sorgt, welche Partien und welcher Teil deines Körpers sich mehr ausprägen wird als andere Teile deines Körpers. Und genau aus diesem Code, so nenne ich das jetzt hier einfach mal in dem Video, wird sich deine Besonderheit und auch seine Besonderheit entwickeln. Das heißt, völlig egal, wie sehr du Gas gibst, diese Besonderheiten, die dein Idol ausmachen, die wirst du mit größter Wahrscheinlichkeit, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit nicht genauso ausprägen können. Das bedeutet, ich möchte unbedingt Schultern wie der und der haben. Trainier dich zu Tode, wirklich, such nach den besten Rezepten für die krassesten Schultern. Wenn es bei ihm einfach ein genetisches Phänomen ist, dass er so streifig ist, dann wirst du da leider nicht rankommen. Allerbestes Beispiel, Waden. Waden sind eine absolut genetische Sache. Es gibt Menschen, die trainieren gar nicht und haben größere Waden als du oder ich. Und die trainieren wirklich nicht. Und die haben diese fetten Telamin und dann wollen die dir erzählen, das kommt vom Fahrradfahren. Das ist absoluter Bullshit. Da sind wir uns alle einig. Waden sind ein genetisches Phänomen. Entweder du hast Waden oder du hast keine. Du kannst extrem viel machen. Du kannst auf Workload gehen, kannst wirklich eine Weile lang schauen, dass du dir immer wieder hittest, hittest, hittest. Kannst versuchen, auf mehr Reps mit mehr Gewicht zu gehen, das mehrmals die Woche. Und du wirst sie verbessern, gar keine Frage. Aber wenn jemand einen Monster-Waden hat, wirst du ihn nie einholen, wenn du genetisch bedingt schlechte Waden hast. Also auch hier ein sehr gutes Beispiel. Oder, ich bringe noch ein weiteres. Der Schwung im Oberschenkel. Nach den Schultern wäre das jetzt das Zweite, womit ich so ein bisschen gesegnet bin. Ich habe genetisch bedingt wirklich immer gute Schultern gehabt. Und das, und jetzt kommt es, obwohl ich an der Schulter operiert wurde und dadurch fast zwei Jahre keine Schulter trainieren konnte. Und ich gehe noch weiter zurück. Zu meinen Kampfsportzeiten hatte ich schon Probleme mit der Schulter. Und habe auch da, als ich Kraftsport gemacht habe, die Schulter komplett weggelassen, weil ich Angst hatte, das wieder zu verschlimmern. Wohlgemerkt, ich hatte damals noch keine Ahnung von irgendwas und habe einfach nur trainiert und Kampfsport gemacht. Das heißt, falls jetzt jemand sagt, warum hast du dies nicht gemacht, das nicht gedacht, damals wusste ich das alles noch nicht. Das führte ja dann dazu, dass ich später, als ich dann richtig in den Kraftsport eingestiegen bin, diese Bizeps-Sänenentzündung so chronisch gehabt habe, beziehungsweise so verschlimmert habe, dass ich operiert werden musste. Und trotzdem, in den Jahren, in denen ich danach Schulter trainiert habe, habe ich wirklich markant gute Schultern aufgebaut. Und das relativ schnell, während andere dafür viel, viel länger brauchen. Das ist zum einen natürlich ganz, ganz klar. Jetzt fragen die Leute immer wieder, ja, nur Genetik oder hier gibt es ein Geheimnis. Ich meine, ich denke, viele von euch haben gesehen, wie sehr ich mich damit beschäftige, anatomisch gesehen, den Muskel immer perfekt zu treffen, vor allem beim Seitheben. Ich finde übrigens, fast niemand macht richtiges Seitheben. Das ist ja wirklich etwas, das sage ich auch jedem im Personal Training. Und auch gestandene Athleten, die mit mir ein Personal Training haben, merken dann erst, welche Hacks nochmal dazu führen, dass sie die Schulter richtig aktivieren können beim Seitheben und vor allem wegisolieren. Also natürlich steckt da auch irgendwo dahinter, dass ich mir Gedanken mache. Aber um jetzt nochmal den Vergleich zu ziehen, das mache ich doch bei den Waden auch. Ich habe mir Gedanken gemacht, welcher Typ Muskelfasern da quasi besser vertreten ist. Das heißt, machst du mehr Reps oder machst du mehr Gewicht? Was macht der Workload? Was ist da am klügsten? Was kannst du da noch rausholen? Und habe das wirklich auch, verfolge das schon seit Jahren. Und sie wachsen, aber sie wachsen unglaublich langsam. Das heißt, um das mal einfach in Vergleich zu stellen. Hier geht es schon irgendwo um eine genetische Veranlagung, beziehungsweise um eine genetische Voraussetzung, die dafür sorgt, dass du ein bestimmtes markantes Niveau erreichst in diesem Muskel, das andere so erstmal nicht erreichen werden, auch wenn sie den gleichen Aufwand bringen. Das ist eine unbequeme Wahrheit, aber das ist nun mal die Wahrheit. Das sind Fakten. Und um jetzt wieder zum Oberschenkel zurückzukommen. Kennt ihr alle diesen wundervollen Schwung nach außen in den Oberschenkeln, der mir schon in frühen Jahren jegliche Chance auf normale Jeans verwehrt hat und zwar für den Rest meines Lebens? Ja, genau, auch das ist eine genetische Sache. Ich habe ja auch bis vor kurzem ein paar Wochen überhaupt keine Beine trainiert, weil sie durch das Big Pump Projekt wirklich so zu waren durch die ganzen Bodyweight Übungen, weil ich halt schwer bin und es viel Belastung war, dass ich einfach gemerkt habe, ich brauche mal eine Pause. Ich musste die ein bisschen aufmassieren mit der Massagegarn und so weiter, ein bisschen mobilisiert, ein bisschen langsam gemacht und das MMA durchgehend, dieses Seilspringen mit meinem Gewicht und so weiter, hat es halt wirklich auch noch verschlimmert und das kam ja gleichzeitig noch dazu. Und jetzt lass mich nicht lügen, aber ihr habt meine Bilder aus dem Cut gesehen, da hatte ich gerade keine Beine trainiert, zumindest sehr wenig. Die Dinger sind trotzdem, also die sind auf jeden Fall nicht kleiner geworden, die sind wenn überhaupt gewachsen. Meine Beine wachsen wie Unkraut und das ist auch genetisch bedingt und dieser Schwung, den hatte ich auch schon immer, die ganze Zeit, der ist direkt mitgewachsen und bei anderen Leuten ist dieser Schwung einfach nicht da. Dafür, ne, guter Kontrast wieder hier, habe ich sehr große Probleme die Dinger trocken zu bekommen, vor allem die Rückseite, da hängt es ein bisschen hinterher. Aber, um das nochmal hier zu Ende zu führen, ich denke, ihr wisst langsam, worauf ich hinaus möchte, Genetik ist ein sehr großer Faktor und die Genetik ist der Hauptgrund dafür, dass du nie so aussehen wirst wie dein Idol, völlig egal, wie sehr du dich reinhängst. Und, ähm, das ist es. Das andere sind eben die äußeren Umstände, das heißt, du weißt nicht, du siehst immer nur die Bilder, du siehst immer nur die Videos, du hast überhaupt keine Ahnung, welches regenerativ perfekte Umfeld sich dieser Athlet verschafft hat, weil er, in der Regel ist das bei deinen Vorbildern so, mittlerweile den Luxus hat, von diesem Sport zu leben. Das bedeutet, er hat sich, und das macht in der Regel jeder Athlet so, obwohl die meisten 24-7-Hustler sind, die schaffen sich ein regenerativ perfektes Umfeld, das heißt, sie haben, abgesehen von dem Training, kaum körperliche Arbeit oder Aktivität, das ist bei mir zum Beispiel anders, ich bemühe mich sogar immer, dass ich mich sehr viel bewege, aber auf der Seite muss man auch wieder schauen, ich trainiere momentan nicht dafür, um möglichst viel Muskelmasse für einen Bodybuilding-Wettkampf aufzubauen, sondern ich trainiere, um eben meinem Ideal gerecht zu werden. Ich möchte, das ist mir ganz, ganz wichtig, ich möchte trotzdem sportlich bleiben, ich möchte in Bewegung bleiben, ich möchte mich gesund fühlen und möchte aber innerhalb dieses Rahmens so brachial wie möglich werden. Und das geht, da habe ich mich jetzt schon hochgetapert über Jahre auf die über 110-Kilo-Marke, sogar bei 117 war ich mal kurz, und bin die ganze Zeit gleich sportlich und beweglich geblieben und das ist eben auch mein Anspruch. Und deswegen muss man auch hier wieder unterscheiden, der nächste Punkt, abgesehen von dem regenerativen Umfeld, das er sich geschaffen hat, dass du mit deinem 9-to-5-Job höchstwahrscheinlich nicht imitieren kannst, schon gar nicht, wenn du noch Familie, Kinder und andere Verpflichtungen hast. Deswegen auch hier, bitte das immer bedenken, er hat andere Lebensumstände. Und des Weiteren kommt der letzte Punkt, warum du vielleicht nicht so aussehen wirst wie er oder sie, nämlich die Zielsetzung. Ich habe es gerade bei mir beschrieben. Ich habe eine ganz andere Zielsetzung als du zum Beispiel und deswegen bewege ich mich anders, arbeite ich anders, trainiere anders, lebe meinen Alltag ganz anders. Und ja, dadurch habe auch ich eine andere Form, als du sie mit dem gleichen Aufwand haben würdest, wenn diese ganze Zusatzbewegung vielleicht nicht zustande kommen würde, weil deine Zielsetzung vielleicht doch eine andere ist. Und vielleicht bist du auch gerade in einer ganz anderen Phase, weil ich schon, was weiß ich, wie lange an mir arbeite, bin ich eben auch in einem Aufbau relativ trocken unterwegs. Du musst hier auch wieder sehen, wo befindest du dich, wenn du erst seit ein paar Jahren trainierst und langsam aber sicher auf den Trichter gekommen bist oder jetzt gerade erst dabei bist, auf den Trichter zu kommen, wie man das alles optimiert. Dann kannst du nicht erwarten, dass du in einem Aufbau genauso grundtrocken sein wirst, wie zum Beispiel ich oder dein Idol generell, die das schon zum 20. Mal gemacht haben mit Diät hoch und runter. Der Grund-KFA bleibt niedriger, das ist wirklich so, wenn du dich nicht zwischendurch nur mit Scheiße vollballerst. Und das ist auch wieder ein Punkt, wie ernst nimmst du das Ganze, abgesehen von Instagram und Co. Du siehst dein Idol nur auf Instagram, du siehst aber nicht, was er abgesehen davon macht. Und du findest dich abends wieder mit einem Feierabendbierchen und Chips auf der Couch und sagst, ich will ja auch noch leben. Das macht dein Idol nicht, das kann ich dir garantieren. Er macht es ab und zu mal oder sie und wirklich, das ist so. Wir gehen öfter mal essen und gönnen, als ihr glaubt. Und ich teile das ja auch immer mit euch, ich zeige euch das ja auch immer. Und das, obwohl ihr wisst, dass ich aus Überzeugung das tue, was ich tue. Mir geht es oft einfach um den sozialen Faktor, wie neulich, als wir essen gegangen sind, weil es einfach geil ist, nach einem Outdoor-Workout, wo wir gefühlt 1000 Kalorien verbrannt haben. Da gehen wir halt auch mal was Leckeres essen. Ich achte Tatsache schon sehr drauf, dass das immer hochwertige Sachen sind, weil das mein Anspruch ist. Das sind alles Sachen, die seht ihr bei mir, die seht ihr aber bei vielen anderen nicht. Und deswegen entsteht auch öfter mal der Eindruck, wenn ihr dann ab und zu einfach irgendwelche Cheatmeal-Bilder seht, dann fühlt ihr euch immer so ein bisschen bestätigt und sagt, okay, der macht das ja auch. Aber woher weißt du, dass das nicht ein einziges Cheatmeal war, das seit, keine Ahnung wie lange, das Foto ist seit Ewigkeiten irgendwie aufgenommen worden und der Typ ist gerade in der heftigsten Diät und postet jetzt aber dieses Cheatmeal-Bild. Und du denkst dir dann in dem Moment, okay, es geht, es funktioniert, es funktioniert ja beides. Nein, es funktioniert nicht. Das ist harte Arbeit, das ist eine strenge Diät. Wenn jemand wirklich heftigst trocken ist, dann steckt da viel Arbeit dahinter. Und der ist nicht 24-7 trocken und auch nicht 365 Tage im Jahr, das ist er nicht. Und ich weiß, ich sage immer wieder, dass das so einer meiner Ansprüche ist, aber ich möchte auch hier nochmal die Kirche im Dorf lassen. Mein Anspruch ist einfach, dass ich 365 Tage im Jahr eine Form habe, mit der ich persönlich zufrieden bin. Auch ich kann nicht 365 Tage im Jahr wirklich furztrocken sein, das funktioniert nicht. Es geht eher darum, dass ich den Anspruch an mich habe, dass ich immer sportlich, beweglich und gesund sein möchte. Ich möchte mich gesund fühlen. Ja, ich weiß, bla bla bla, Stoff, dies, das. Aber ihr wisst, was ich meine. Und daher resultiert dieser Lifestyle, den ich sehr liebe und sehr pflege. Und genau deswegen habe ich auch, weil ich so viel Bewegung zwischendurch habe, weil ich noch MMA mache, weil ich noch Outdoor mache, weil ich tatsächlich mit den Personal Trainings auch sehr aktiv bin, weil ich über den ganzen Tag sehr aktiv bin, weil ich im Sommer Fahrrad fahre, bla bla bla. Daher kommt dann dieses Bild und da kommen wirklich Leute und sagen, Ja, aber wie kann das denn sein, dass du so viel isst, aber so eine Form hast? Du musst ja Unmengen an Wachs knallen, hat ja auch neulich einer und das letzte Video geschrieben. Leute, ich bewege mich nonstop den ganzen Tag. Und das sind diese Dinge. Das kannst du nicht vergleichen. Du kannst nicht vergleichen, ohne die ganze Geschichte zu kennen. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber ich denke, jetzt hast du verstanden, worum es geht. Und genau deswegen wirst du unglücklich sein, wenn du dich zu sehr mit deinem Idol vergleichst. Jetzt kommt aber das Positive an der Sache. Diese Genetik war doch nicht nur gnädig zu ihm. Die genetischen Voraussetzungen, die jeder von uns mitbringt, und das verspreche ich dir, die halten für jeden von uns eine Besonderheit bereit. Das ist einfach so. Deswegen geh deinen Weg. Vergleich dich ruhig weiter so ein bisschen. Nutze dein Idol als Motivation. Beobachte dein Idol und sage, go for it. Geh es anders an. Nicht als, ich muss genauso aussehen, sondern challenge es. Sag, das ist jetzt meine Challenge. Ich werde alles, wirklich 100% in meiner Macht stehende tun. Ich werde alles optimieren. Jeden Ablauf. Ich werde die Ernährung optimieren. Ich werde das Training optimieren. Ich werde die Regeneration optimieren. Und zwar so sehr, dass ich mir am Ende keinen Vorwurf machen kann. So sehr, dass ich am Ende sage, ich habe wirklich alles getan. Wirklich alles in meiner Macht stehende, um die beste Version von mir, nicht von ihm zu werden. Denn das ist genau das. Ich weiß, auch das ist wieder ein abgedroschener Spruch. Aber es ist die absolute Wahrheit. Du kannst nichts weiter tun, als 100% zu investieren. Und was dann passiert ist, du wirst nicht so aussehen wie dein Idol. Nein, aber jetzt kommt's. Wer weiß denn, was die Genetik für dich bereithält? Vielleicht wirst du besser aussehen. Das weißt du doch jetzt noch gar nicht. Denn du wirst die beste Version werden von dem, was deine Genetik für dich bereithält. Und je länger du an dir arbeitest, je länger du das so durchziehst, desto mehr wird langsam freigelegt. Und desto mehr wird sich ganz langsam offenbaren, was denn bei dir so an Besonderheiten kommt. Vielleicht hast du eine extrem breite Brust, die sehr schnell streifig wird, a la Joe Stelix. Vielleicht. Vielleicht hast du besonders heftige Schultern oder eine Rückenpartie, die sehr, sehr schmal unten anfängt und plötzlich sehr früh breit wird. Wodurch jeder dich einfach nur über deinen Rücken erkennen wird und sagen wird, Alter, das ist der heftigste Latt, den wir je gesehen haben. Das Stichwort hier auch Andy the Beer. Ganz, ganz liebe Grüße an den lieben Andy. Heftigster Latt, den ich je gesehen habe. Einfach nur brutal. Auch wie das Ding dann nach unten einfach so schmal wird, in so eine Taille resultiert. Bei so einer Masse, das kann ich bis heute nicht fassen. Er zum Beispiel schreibt dann immer, Digga, aber deine Schultern, aber deine Schultern. Versteht ihr, was ich meine? Unsere Genetik hält für jeden eine Besonderheit bereit. Und es ist an dir, 100% zu investieren, um herauszufinden, was das bei dir sein wird. Und nein, gib nicht auf. Das dauert Ewigkeiten. Denkst du, ich habe nach einem Jahr schon Monsterschultern gehabt oder heftige Beine? Nein, hatte ich nicht. Das hat gedauert. Du musst ein gewisses Trainingslevel erreichen. Du baust Muskeln auf, ganz normal. Und du wirst relativ gut und passabel aussehen, wirst auch zufrieden sein, wirst aber immer mehr wollen. Da bist du noch lange nicht an dem Punkt. Wir sind gerade bei ein paar Jahren Training. Da bist du langsam an dem Punkt, wo du auffällst, wo man sagt, ey, der ist trainiert, der sieht gut aus, der geht was. Deine wirklichen Besonderheiten, das kommt noch. Da musst du weitaus mehr Arbeit und Geduld reinstecken, bis das so ein bisschen langsam zum Vorschein kommt. Da musst du wirklich auf ein höheres Level kommen. Du musst eine ganze Weile dabei sein. Und zwar 100% durchziehen, diszipliniert. Du musst wirklich alles reinstecken. Und dann kommt es so langsam. Langsam aber sicher werden die Leute sagen, alter, deine Brust ist ja abartig. Alter, deine Schultern. Du hast die heftigsten Bauchmuskeln, die ich je gesehen habe. Alter, du hast ja ein Ten-Pack. So in der Art. Diese ganzen Geschichte. Auch das. Du kannst Bauch trainieren, bis du umfällst. Entweder du hast genetisch gesehen ein Four-Pack, ein Six-Pack, ein Eight-Pack. Oder du hast schiefe Bauchmuskeln. Es ist, wie es ist. Oder du hast auch im Aufbau hier diese wunderschönen seitlichen Bauchmuskeln. Oder du hast ihn nicht. Oder du hast den Unterbauch immer frei. Oder du hast ihn nicht frei. Und auch das sind Sachen, da kannst du dich verrückt machen, wenn du dich an anderen orientierst, weil du sagst, ey, der ist doch auch gerade im Aufbau. Mann, Alter, ich mache alles falsch. Bei mir sieht man es nicht so wie bei ihnen. Nein, es ist nicht so. Hab Geduld, arbeite. Und entweder das wird bei dir auch so sein oder eine andere Besonderheit wird zum Vorschein kommen. Natürlich kannst du dich nur vergewissern, dass du nicht schuld bist, wenn du alles dir Mögliche getan hast. Und da musst du einfach ehrlich zu dir sein. Ich bin ganz ehrlich, da hapert es bei den meisten. Denn die meisten tun so, als würden sie alles tun, tun sie aber nicht. Das tun sie wirklich nicht. Das liegt oft im Auge des Betrachters. Ich habe das bei den Einführungsgesprächen mit den Coachings sehr, sehr oft, wenn ich sage, ich brauche 100% von dir, weil ich will nur mit denen arbeiten, die 100% geben. Im Nachhinein wird mir oft klar, wir haben uns missverstanden. Und die glauben, 100% heißt jeden Tag ins Studio gehen und da besonders schwer trainieren. Naja, das kann jeder. Und noch was obendrauf. Das macht jeder. Frage, warum sieht dann nicht jeder besonders krass aus? Ganz richtig, weil der ganze Rest entscheidend ist. Und das ist auch etwas, das hören wir tausendmal, das ist abgedroschen. Die anderen 23 Stunden sind entscheidend, aber das ist die Wahrheit. Und nur wenn du das verinnerlicht hast und das sehr, sehr lange durchgezogen hast und gearbeitet hast, dann kannst du sagen, okay, das muss genetisch bedingt sein. Und dann hast du aber auch den Anspruch zu verlangen und zu warten und zu erwarten, dass auch du genetische Besonderheiten hervorbringen wirst, wenn du die Arbeit reinsteckst. Gar keine Frage, du kannst mit erhöhtem Workload und so weiter Schwachstellen ausgleichen. Aber diese wirklichen Besonderheiten, die ein Sportler so mit sich bringt, vor allem im Fitnessbereich, die sind genetisch bedingt, das ist einfach. Und du wirst dich extrem unglücklich machen, wenn du genau auf diese genetischen Besonderheiten hintrainierst und erwartest, dass du ganz genauso aussehen wirst. Auf der anderen Seite, wie gesagt, steck alles rein und du wirst rein im Rahmen deiner Möglichkeiten vielleicht sogar noch krasser werden. Zum Beispiel, bestes Beispiel ist, wenn jemand genetisch bedingt gut an den Armen aufbaut, wird er immer auffallen, immer. Arme sind etwas, das funktioniert immer, das fällt immer auf. Wenn du nur Arme hast und sonst kaum was, hast du immer noch bessere Chancen, gut rüber zu kommen, sage ich mal, in der ganzen Optik, als wenn du zum Beispiel nur Brust hast oder nur Rücken. Und Arme sind ein ganz, ganz krasses Ding. Das heißt, wenn du mit guten Armen gesegnet bist und gut aufbauen kannst, als bestes Beispiel Paul Unterleitner, der hat brutale Arme und das für natural. Ja, streitet euch jetzt wieder, ob der natural ist oder nicht, aber Props und Ehre, wem Ehre gebührt. Paul Unterleitner hat brutale Arme, auch in Real Life, ich habe ihn ja gesehen, er sieht gut aus. Und das sind Sachen, auch wenn der Rest jetzt nicht mehr so markant ist und seine Bauchmuskeln von der Genetik sicherlich nicht die schönsten sind, seine Arme sind so brachial, dadurch fällt er einfach auf. Und allein das, sage ich, hat ihm den Weg geebnet. Allein diese Arme, weil das ist das Erste, was du siehst und das macht einen Menschen unglaublich brachial. Du verstehst langsam, worauf ich hinaus will. Und genau das sind die Punkte, wo es anfängt, dir im Weg zu stehen. Wenn du halt irgendwann demotiviert wirst, weil du nicht genau diesen Status erreichst, den dein Vorbild erreicht, vor allem bezogen auf eine genetische Besonderheit, da wirst du unglücklich werden. Und deswegen mach dich nicht unglücklich. Genauso, um mal in ein anderes Feld zu wechseln, noch kurz zum Ende hin, genauso unglücklich kann es dich machen, wenn du dich schon von vornherein limitieren lässt, weil du Vergleiche ziehst zu etwas, das es schon gibt oder etwa oder zum Beispiel nicht gibt. Das sind Sachen, die kann ich überhaupt nicht haben. Ich finde, das ist die bescheuertste Argumentation, die es je gegeben hat. Und sie zeigt, wie limitiert Menschen in ihrem Denken sind. Und diese Menschen solltest du nicht ernst nehmen ab diesem Zeitpunkt. Zumindest nicht für deine Ziele. Nämlich der absolute Klassiker, wenn jemand zu dir sagt, du könntest etwas nicht schaffen, nur weil es bisher noch niemand geschafft hat. Ja, das halte ich für absolut das größte Armutszeugnis des Mindsets eines Menschen. Und noch schlimmer ist, dass er dir das in diesem Moment aufdrücken möchte, um dich unglücklich zu machen. Und noch schlimmer ist, wenn du das annimmst. Nur weil das bisher keiner geschafft hat. Irgendwann kommt einer, der schafft es. Und du bist es nicht. Warum? Weil du auf den Vollidioten gehört hast, der dir gesagt hat, es hat bisher noch keiner geschafft. Wir brauchen uns nicht drüber streiten. Es gibt Dinge, die kann man nicht schaffen. Gar keine Ahnung. Also wirklich, gar keine Frage. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich zu dir heute sage, ich kletter morgen auf den Mount Everest, das schaffe ich nicht. Da werde ich bei sterben. Weil ich absolut keine Ahnung habe, nicht vorbereitet bin. Es ist eine unmögliche Mission. Wenn ich zu dir aber sage, ich kletter in 10 Jahren auf den Mount Everest, dann ist das was anderes. Butter bei die Fische, auch das scheint relativ unmöglich. Aber es geht um die Verhältnismäßigkeit der Ziele, die du erreichen möchtest. Und manche Ziele, die sehr, sehr schwer zu erreichen sind und nur mit sehr, sehr viel Arbeit, die werden sehr schnell mal als unmöglich abgetan. Das sind sie aber nicht. Es muss nur entsprechend geplant werden. Und es muss nur so lange dafür gearbeitet werden, dass niemand Bock hat, diese Zeit und diesen Aufwand zu investieren. Und da ist es einfach sehr einfach zu sagen, dass es unmöglich ist. Und vor allem ist es sehr bequem, wenn du weißt, der dir gegenüber, der versucht das auch nicht. Dann fühlst du dich nämlich besser. Und du fühlst dich bestätigt. Wenn er jetzt anfängt, das zu versuchen, dann wird er vorankommen. Er wird jedes Jahr ein kleines Stück vorankommen. Und jedes Mal, wenn er vorankommt, wird das alle anderen ärgern, die es nicht versucht haben. Und genau deswegen werden diese ganzen anderen in dieser Zeit immer wieder sagen, das schaffst du nicht. Das, was du hier machst, ist alles umsonst. Kommt dir das bekannt vor? Ja, das passiert nämlich jedem, der etwas angeht, das sehr wenige schaffen. Er muss sich den ganzen Tag anhören, dass es unmöglich ist. Und diese Limitierung aufgrund dieses Beispiels, aufgrund dieses Vergleichs, nur dass es bisher keiner geschafft hat oder sehr wenige, finde ich absolut schwach. Und das ist auch ein Punkt, an dem Vergleiche mit anderen dir im Weg stehen. Ganz, ganz klar. Oder noch realistischer, weil es gibt ja wirklich Dinge, beziehungsweise wir haben jetzt von Projekten gesprochen, die noch keiner vorher geschafft hatte. Das ist wirklich eine harte Nummer. Das ist so Pioniersarbeit. Aber auch hier gilt dieses Prinzip natürlich. Aber was ist denn zum Beispiel mit einem ganz typischen Satz, den ich auch sehr oft in der Supplementindustrie gehört habe, der mich unfassbar ärgert, der mir bis heute immer noch manchmal im Weg steht, wenn ich neue Produktideen bringe. Mittlerweile nicht mehr so sehr, weil wir viel Innovatives gemacht haben und mir das Recht gegeben hat im Nachhinein. Aber am Anfang stand mir das unheimlich im Weg und es hat mich extrem geärgert. Nämlich der Satz, das hat doch bisher auch keiner gemacht. Warum sollen wir das machen? Ich hasse das. Ich hasse das. Weil auch hier, das hat bis jetzt keiner gemacht, weil vielleicht keiner drauf gekommen ist. Oder weil vielleicht keiner einen Weg gefunden hat, es zu realisieren. Vielleicht waren vor zwei Jahren die Rohstoffe noch nicht verfügbar. Vielleicht waren vor zwei Jahren die Rohstoffpreise noch ganz, ganz anders. Jetzt mal nur, um auf Supplements zu gehen. Ich gebe dir einfach Beispiele. Wer sagt denn, dass das ein zulässiges Argument ist? Das finde ich eine ganz schwache Art, Vergleiche hinzustellen. Wirklich, eine ganz, ganz schwache Art. Und genau sowas finde ich furchtbar. Das behindert dich. Das heißt, wenn du jetzt irgendetwas machst, das noch keiner gemacht hat, weil es noch keiner geschafft hat oder das noch keiner gemacht hat, weil noch keiner drauf gekommen ist oder weil bisher die Möglichkeiten und Gegebenheiten einfach so nicht da waren. Wer sagt denn aber, dass du nicht einen Weg findest? Wer sagt denn aber, dass du gerade nicht im Begriff bist, jetzt in die Sache einzusteigen und jetzt sind die Möglichkeiten plötzlich gegeben? Selbst wenn es Zufall ist, ist es den Versuch wert. Und das ist etwas, das kann ich absolut nicht leiden. Und das merkt ihr gerade. Ihr merkt, mir liegt wirklich an dieser Sache. Ich kann dieses beschränkte Denken nicht leiden. Wie unter meinen MMA-Videos manchmal, wo die Leute einfach anfangs direkt geschrieben haben, du bist zu schwer, lass das. Du bist zu schwer, du kannst das nicht. Du wirst das nie können. Jetzt fangen die Ersten an zu schreiben, ey, du bewegst dich echt gut und hier und dies und das. Ich weiß, die MMA-Videos kommen nicht gut an auf dem Kanal, weil das hier ist Bodybuilding und ich weiß, dann interessiert MMA einfach nicht. Aber das ist auch wieder ein Beweis dafür, dass mir das egal ist, weil ich mache das, was ich möchte. Und ich habe eine unglaubliche Leidenschaft, auch zum Kampf- und Leistungssport. Und genau deswegen kommen Outdoor-Trainings-Videos hier regelmäßig ab und zu mal. Oder eben auch so Sachen wie das MMA. Ey, und das ist auch wieder ein sehr gutes Beispiel, mir tun die Leute leid, die, wenn du gerade etwas Neues versuchst, einfach drunter schreiben, schaffst du nicht. Warum schreiben sie das drunter? Weil sie es nicht schaffen. Weil es außerhalb ihres Horizonts liegt. Es liegt außerhalb ihrer geistigen Fassung und Reichweite. Sie würden sich das niemals zutrauen. Sie wissen, sie selber sind zum Beispiel Bodybuilder, würden sich nie und immer ein MMA-Training zutrauen. Deswegen schreiben sie, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Sie gehen von sich aus, nicht von dir. Vergiss das bitte niemals. Genau da sind Vergleiche unheimlich schädlich. Vergleiche sind also schädlich, wenn du dich vergleichst, obwohl du dich mit jemandem eigentlich gar nicht vergleichen kannst. Das habe ich am Anfang erläutert, was ich damit meine. Wenn Vergleiche gestellt werden von anderen Menschen, nur weil etwas bisher nicht gelungen ist und dir dann vorgesetzt wird, dass du es deswegen nicht schaffen kannst und du auch noch darauf hörst. Oder wenn bisher einfach nicht die Möglichkeiten gegeben waren. Oder wenn du auf, sage ich mal, neues Terrain gehst, dich auf neues Terrain begibst und das Aufgaben sind, die rein von den äußerlichen Voraussetzungen erst mal schwierig erscheinen. Und das dazu führt, dass die meisten, die das sehen und mitbekommen, das niemals versuchen würden. Dann kommen auch diese Menschen und sagen dir, das schaffst du nicht. Und genau das ist der Punkt, an dem du dich nicht mit anderen vergleichen darfst. Weil Bodybuilder XY sagt, du kannst das MMA-Training nicht machen, fängst du gar nicht erst damit an. Schade, denn vielleicht oder mit Sicherheit, das kann ich dir schon mal versprechen, du verpasst einen Glückshormonausstoß, der ist sondergleichen, der ist noch krasser als beim Training. Er ist anders als beim Fitnesstraining, aber er ist auch wundervoll. Und dieses an seine Grenzen gehen, dieses wirklich immer over the top, immer seine körperlichen Grenzen ausreizen, das ist anders, anders. Ich verspreche es dir. Und ich finde es schade um jeden, der das deswegen nicht versucht, weil diese Erfahrung sollte man gemacht haben, weil sie verändert auch deine Sichtweise und deine Vorgehensweise im Kraftsport. Es wird dich weiterbringen. Deine Schmerzgrenze wird eine andere sein, sowohl von der Puste als auch von Schmerzen generell, von der Anstrengung. Das hilft dir weiter. Nicht umsonst sind die Besten in diesem Sport nicht nur plumpe Pumper, sage ich jetzt mal, sondern kommen meistens aus dem Leistungssport, den sie vorher betrieben haben. Deswegen haben sie eine andere Art zu beißen, sie haben eine andere Schmerzgrenze. Das ist tatsächlich so. Es gibt sehr wohl einen Unterschied zwischen nur Pumper oder Pumper und Sportler. Denn du musst eigentlich kein Sportler sein, um Pumper zu sein. Fakt. Es ist wirklich so. Du kannst einfach nur Gewichte stemmen. Aber die Realität ist, dass die meisten guten Pumper oder Bodybuilder auch Leistungssportler waren, aus dem Leistungssport kommen und teilweise immer noch Elemente davon einbauen, weil sie eine andere Schmerzgrenze haben. Lass dich nicht limitieren. Weder von dir selbst, indem du dir im Weg stehst, weil du dich zu viel mit anderen vergleichst, obwohl der Vergleich in diesem Fall gar nicht zulässig ist. Und ich garantiere dir, in 99% der Fälle ist da ein Haken an dem Vergleich. Der Vergleich hinkt einfach. Vertrau mir, der Vergleich hinkt. Aber lass dich gerne inspirieren und motivieren. Schau dir die Person an und sag, meine Fresse, der lebt sein Leben, der lebt den Lifestyle. Der hat sich so entwickelt, dass er es schafft, andere zu motivieren. Das will ich auch können. Und dann geh ab. Leg los. Go for it. Und dann wirst auch du diesen Status in irgendeiner Form erreichen. Nicht genauso wie er. Vielleicht weniger, vielleicht mehr. Vielleicht geht es aber nicht um weniger oder mehr. Vielleicht ist es anders. Vielleicht inspirierst du Menschen auf eine andere Weise. Aber lass dich verdammt nochmal nicht von diesen Vergleichen zurückschrecken. Also vergleich dich nicht zu sehr mit anderen. Sondern lass dich inspirieren und motivieren. Und verfolg deine eigenen Ziele. Und plötzlich wirst du in irgendeiner Art und Weise auch so wie diese Person sein. So wie dein Idol. Vielleicht ohne es zu merken. Und nochmal zum Schluss. Lass dir bloß nicht von irgendwelchen Pappnasen erzählen, dass du was nicht schaffst. Nur weil sie selber weder die Eier, noch den Mut, noch das Können dazu haben, das zu schaffen. Oder den langen Atem. Geh von dir aus. Du willst nie und nimmer in einem Was-wäre-wenn enden. Was wäre gewesen, wenn ich das doch mal versucht hätte? Willst du so enden? Nein, willst du nicht. Lieber scheiterst du und hast es versucht. Und hast eine Menge mitgenommen für deine Persönlichkeit. Das verspreche ich dir. Es wird kein wirkliches Scheitern sein. Wir haben über Niederlagen gesprochen. Du wirst eine Menge mitnehmen. Und wahrscheinlich wird es dir sogar neue Wege bereiten. Wahrscheinlich wird es dich in eine ganz andere Richtung lenken, die du nie für möglich gehalten hättest. Wenn du es nicht schaffst. Und plötzlich kommst du irgendwo raus, wo du sagst, hätte ich das so nie versucht, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Deswegen, lass dich nicht limitieren. Vergleich dich nicht zu sehr mit anderen. Lass dich von den Vergleichen nicht bremsen. Und lass dich nicht von anderen, die dich oder dein Vorhaben mit irgendetwas vergleichen, dass sie nicht verstehen, limitieren. Das ist meine Message heute für dich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass gerne ein Abo da und einen Kommentar. Schreib mir doch bitte mal deine Meinung zu diesem Thema drunter. Wie stehst du dazu? Vergleichst du dich zu sehr mit anderen? Hast du dich hier ertappt gefühlt? Sagst du, ja, ich bin motiviert von der und der Person, aber du hast recht. Ich sehe das oft zu verbissen. Bin dann wirklich frustriert, weil ich nicht auf dasselbe Level komme wie diese Person. Und da habe ich mich gerade wiedererkannt. Schreib es mir in die Kommentare. Schreib mir von deinen Erfahrungen. Ich freue mich unheimlich. Ansonsten war es das mit dem heutigen Mindset Talk. Wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich vergesse jedes Mal zu sagen, dass ihr bitte auch die Glocke aktivieren solltet. Dann sehen mehr von euch, auch wenn meine Videos online kommen. Danke für den Support. Ich weiß, sehr, sehr viele von euch haben meinen Kanal abonniert. Und deswegen an jeden, der schon abonniert hat, hier nochmal der Reminder. Denk bitte an die Glocke, so kannst du mich noch mehr unterstützen. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding.